Guten Abend liebe Leute, es gibt nochmal eine kleine Laberrunde, denn ja, sagen wir so, der Tag hat sich zeitlich ein bisschen verschoben. Ich habe gestreapt, wie geplant, deutlich länger, nicht so wie geplant, denn ich wollte eigentlich Basketball gucken und habe dann am Schluss nur noch die letzten zwei Minuten oder so geguckt, aber immerhin noch mitbekommen, dass Deutschland gewonnen hat und dann kann ich hoffentlich Sonntag noch ein Spiel von denen gucken, wer weiß, wann das ist, das muss ich mir nochmal reinziehen, weil ich muss auch irgendwie Sonntag pfeifen, aber die Möglichkeit ist da, so oder so, hat sich dadurch auch verschoben, was ich eigentlich nebenbei so ein bisschen machen soll, so schön Basketball gucken, ein bisschen Handballstream vorbereiten, ging halt auch nicht parallel, weil dann war überhaupt nichts mehr da, das heißt, das muss es später sein, dann hatte ich noch einen kleinen Brain Lag und habe ein bisschen Quatsch gemacht und einen Fehler gesucht, der eigentlich gar nicht da war und das hat mich auch noch ein bisschen Zeit gekostet, aber das passiert, nach vier Stunden später ist man wahrscheinlich ein bisschen müde, vielleicht hätte ich ein bisschen chillen sollen zwischendurch und dann hätte es den Fehler nicht gegeben oder das Problem, das eigentlich gar nicht da war und ja, das ist so das Ding und deswegen gibt es keinen Replaycast und kein Replayliga-Video heute und ja, deswegen sage ich euch noch, dass morgen wahrscheinlich kein Stream kommt, ich schaue mal, ob ich irgendwie einen der Replaycast dazwischen bekomme, aber morgen Vormittag muss ich zur Halle, Schiedsrichter gucken, dass die alles haben, was sie brauchen, denn das ist mein, ein Teil meiner Aufgabenverein, der zweite Teil ist Stream, das heißt, das werde ich dann morgen Nachmittag machen und ich weiß nicht, wie viel Zeit da wirklich dazwischen ist, dementsprechend morgen, keine Ahnung, ob ihr irgendwas von mir hört außer dem Daily und ob das denn ein Cast ist oder ob ich nochmal ein bisschen laber, werden wir sehen, wenn ihr aber jetzt schon Ergebnisse habt oder morgen noch spielt oder so, dann packt euch gerne in den Ergebnisse-Channel, das vielleicht schon mal als Hinweis, denn Sonntag gibt es natürlich die Ergebnisse-Daily, das kommt ja auch regelmäßig und ja, wenn ihr dabei sein wollt oder irgendwas habt, dann postet es her und dann würde ich sagen, habe ich jetzt genug gelabert und wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und kommt gut ins Wochenende, haut rein!